Hallo, ich bin's Plesiotics und ich zeig euch heute mein erstes, vielleicht auch einziges In-Game Tutorial für Minecraft, und zwar wie man Pilzbäume macht mit meinem Nebenkommentator. Ja, okay, und jetzt zeig ich euch, wie man Pilzbäume macht, man braucht einen Pilz, ja, ihr seht genau, wie der aussieht, wie ein Pilz eben, ja, ja, etwas zweideutig, und man nimmt Knochenmehl und reibt es an den Pilz, und er wächst, er wird ganz groß, jetzt, das geht auch mit anderen Pilzen, zum Beispiel mit einem kleineren, dickeren, Meine Bruder reibt einfach in den Augenblick an! Oh, thanks, oh, ist hier ganz falsch geschrieben. Äh, hi, ich bin's Plesiotics, willkommen zu meinem In-Game Tutorial, und zwar zeig ich euch, wie man Pilzbäume macht, also ganz große Pilze, also, mit meinem Nebenkommentator. Hallo, der Crepe Chameleon 3, ja, ja, okay, also, also, man, man braucht so einen Pilz, einen Pilz, genau, ein, äh, warte, ich glaub, die können auch woanders stehen, aber, ups, ja, ja, ja,